und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmer steinbaus heute mal wieder mit einem lego set und zwar einem speed champions set aber nicht denn im aktuellen sondern einem aus 2016 dass ich euch auch schon mal in einem video angeteased habe und gefragt habe ob ihr das ganze sehen wollt und ihr wart sowas von dafür dementsprechend schauen wir uns das heute zusammen an und zwar die 75873 den audi r8 lms ultra und am alter seht ihr schon es ist noch ein sechs notten breites fahrzeug passt also auch ziemlich gut zum letzten video von den movie cars von modbricks wenn ihr das noch nicht gesehen habt könnt ihr da ja gerne mal reinschauen der große unterschied ist aber natürlich die movie cars waren nicht lizenziert und dieses set ist komplett lizenziert von audi ag zu dem zeitpunkt da als das set erschienen ist man sieht schon an der größe der verpackung dass die speed champions sich in der zeit doch recht geändert haben besonders natürlich mit der 8 wide umstellung ich finde die verpackung vom design aber echt noch cool die gefällt mir ziemlich gut besonders für einen rennwagen auf der oberseite der verpackung haben wir leider ein sticker der drauf geklebt wurde naja wir haben eine 1 2 1 abbildung von der lego figur und sonst gibt es nicht allzu viel spannendes auf dieser verpackung hier zu sehen ich habe das ganze set natürlich gebraucht gekauft und habe es für 20 euro bekommen mit der zusicherung dass alles wirklich komplett ist was natürlich für so eine review schon recht wichtig ist wenn man darauf nicht unbedingt wert legt ob jetzt zum beispiel auch diese zielflaggen hier dabei sind dann kann man das ganze set auch schon für um die 15 euro bekommen was natürlich immer noch für ein sechs notten fahrzeug nicht unbedingt das billigste ist aber gerade für audi liebhaber und liebhaber auch von etwas älteren lego set auch wenn wir natürlich erst über 2016 reden und nicht wie bei dem lego star wars set was wir uns angeschaut haben von 1999 ist das immer noch ein vertretbarer preis weil wir jetzt aber hier gar nicht mehr so viel sehen an der verpackung machen wir das ganze mal auf und wir schauen uns zusammen die anleitung an und da haben wir sie auch schon die anleitung im selben design wie die verpackung die anleitung ist auch damals schon klammer gebunden gewesen die papierqualität ist ähnlich zu dem was heute geboten wird ähnlich ist auch die druckqualität das ist natürlich wie wir das von lego gewohnt sind recht hochwertig aber vor allem auch schon sehr kleinteilig also es ist schon fast so extrem wie bei heutigen lego sets dass wir hier maximal zwei bis hier wirklich absolutes maximum einmal vier bausteine in einem bauschritt verbauen und insgesamt haben wir 41 bauschritte auf 50 seiten verteilt wir haben natürlich einige sticker die hier aufgeklebt werden müssen beziehungsweise in dem fall bei dem gebrauchten set schon aufgeklebt waren und hier seht ihr noch mal einige lizenzen und speed champions aus dieser zeit da sind schon echt coole sachen dabei also besonders den porsche 917k mag ich als fahrzeug sehr und den werde ich mir auch sicherlich noch als speed champion zulegen und natürlich gibt es auch eine teile liste bei der hier abgehakt wurde das finde ich zwar einerseits cool weil guckt wurde ob das ganze vollständig ist andererseits hätte man das abhaken in der anleitung auch gerne unterlassen können aber ihr könnt euch das video wie immer gerne hier anhalten wenn euch die teile liste noch näher interessieren sollte noch viel wichtiger als die anleitung sind aber natürlich die steine und die haben wir hier liegen wie gesagt die sticker sind schon aufgeklebt wurden bei dem fahrzeug und was hier auch schon auf den ersten blick auffällt wir haben ein schwarz weiß rotes fahrzeug und da haben wir doch einige teile und farben dabei die ich jetzt in diesem fahrzeug nicht erwartet hätte ob die am ende dann im fahrzeug einen sinn erfüllen das schauen wir uns natürlich auch zusammen an und wir reden auch wie immer bei älteren lego sets darüber ob die steine qualität vielleicht besser als heute ist oder etwas nachgelassen hat das schauen wir uns auch zusammen an um das zusammen herauszufinden fange ich jetzt natürlich auch anzubauen und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen fahrzeug wieder ich denke wir werden hier keinen zwischenbauschritt benötigen und damit ist der audi r8 lms ultra auch schon fertig und ihr hört es vielleicht bei der stimme raus ich habe zwischen gestern als ich das intro aufgenommen habe und heute mal wieder eine ordentliche erkältung erwischt deshalb werde ich das jetzt mal versuchen etwas kürzer runter zu erzählen ich hoffe ihr seht mir das nach als erstes haben wir natürlich das podest dabei das ist sehr klein geraten aber für so einen speed champion reicht das natürlich wir haben dann noch die zwei zielflacken das sind natürlich aufkleber macht euch da keine hoffnungen aber auch nur leider einseitig beklebt es gab auch mal zeiten da wurden flacken noch wenigstens beidseitig beklebt aber leider sieht man hier auch schon mal wieder das lego schon damals gespart hat selbst bei wirklich billigen aufklebern und obwohl ich jetzt auf jeden fall etwas vorweg nehme ich hatte mit dem set sehr sehr viel spaß trotzdem hat man hier auch schon 2016 ein paar sachen gesehen die heute bei lego echt extrem kritisiert werden natürlich hier sind auch alles dicker aber das ist alles vollkommen okay bei diesem rennwagen das möchte ich jetzt nicht groß kritisieren obwohl alles dicker ist auch gelogen wenn wir uns jetzt mal diese seite anschauen dann könnte euch vielleicht hier ein print auffallen und dieser print ist zwar eigentlich klein und unbedeutend fällt aber direkt auf weil er qualitativ echt nicht gut ist denn bei diesem roten stein ist weiß drauf geprintet damit wir diese ecke hier machen das problem ist nur natürlich sind die ränder von dem roten stein nicht komplett beprintet dass er sofort auffällt und das weiß ist auch viel zu dünn dass das rot noch durchschippert das ist sehr sehr schade dass der eine print der hier dabei ist dann leider auch keine qualität hat aussehensmäßig gefällt mir das fahrzeug sonst wirklich wirklich gut das kann sich für die sechs noppen auf jeden fall sehen lassen und man sieht zum glück auch die ganzen bunten steine die hier durchaus im fahrzeug verbaut sind später nicht mehr außen und natürlich haben wir hier ein paar farben die sinn machen wie zum beispiel die gelben round plates die eben dann eine federung darstellen sollen aber es ist mir innen trotzdem noch viel zu bunt und hier sieht man eben schon diese anfänge von unnötig bunten steinen die heutzutage auch bei lego kritisiert werden ansonsten vom bauspaß den bautechniken und dem aussehen überzeugt mich das fahrzeug komplett wir haben natürlich noch zum auswechseln diesen satz an ratio blenden und wir haben natürlich auch noch die figur dabei und was mich an der figur direkt stört ihr wisst das ist der standard helm das gefällt mir einfach nicht dass man hier einen komplett unbedruckten blauen helm dabei hat da geht einfach mehr mit einer lizenz sonst ist auch hier nur die brust bedruckt die beine sind nicht bedruckt und nur noch der rücken ist bedruckt und ich finde das hätte man auch noch etwas schöner ausgestalten können es ist eine standard figur aber wenn man eine lizenz hat kann man da meiner Meinung nach noch mehr draus machen wir haben natürlich den speed champions klassiker den schraubenschlüssel wieder mit dabei und wir bauen uns hier eine kleine trophäe zusammen die ist in ordnung macht natürlich auch ihren job aber wie gesagt auch hier 2006 so eine trophäe aus dem schuhmacher und barriquello set hat mir schon besser gefallen auch wenn es hier vielleicht nicht ganz zur rennserie passen würde aber davon abgesehen hat ein kind denke ich mit so einer trophäe absolut mehr spaß als mit dieser kleinen zusammengebaut das sind aber natürlich alles kleine kritikpunkte und ändert nichts daran dass das wirklich noch ein gutes set ist und dementsprechend gibt es auch für dieses set von mir eine kaufe empfehlung wenn ihr es gebraucht für einen fairen preis bekommt da sage ich mal 15 bis maxi maximal 20 euro durch die lizenz und eben auch eol set brille aber neu lohnt sich das ganze natürlich nicht mehr und alles über 20 euro lohnt sich auf jeden fall auch nicht und für 20 euro muss es dann schon wirklich hundertprozentig perfekten zustand sein wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne daumen nach oben und ein abo da und zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer auch ja werde ich prig